Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Turok. Jawohl, ich habe mich jetzt etwas schlau gemacht. Ein Momentchen noch, ich muss nur kurz, ich habe vergessen die Uhrzeit mit aufzuschreiben. So, ok, passt. Weil, ja, ihr wisst ja, die Sache mit dem Aufnahmeprogramm, ne, diesen Patch, ne, hurra, hurra. Und, äh, ja, das ist halt momentan leider so. Warte, was haben wir hier? Kapitel 2 ist, glaube ich, fertig, ne, warte kurz. Ähm, die Schlüssel, den Zweier. Ah, da fehlt mir auch einer. Äh, warte mal, den habe ich jetzt, glaube ich, gerade nicht nach, oder doch, den Zweier habe ich, den Dreier habe ich vergessen nachzuschauen. Und hier habe ich auch noch einen, den, glaube ich. Also, den haben wir fix einmal, ich werde den auch holen gehen, dann können wir wenigstens schon mal ins nächste Kapitel marschieren. Und werde mir dann noch schlau machen, wo wir den herkriegen und den herkriegen. Jo. Es ist, ja. Ach ja, oje, Madonna. So, wir waren ja auch schon, ich werde, glaube ich, eine andere Waffe wählen. Ähm, wie waren, warte, was nimmer denn? Äh, die müsste reichen. Bis erst eine Pistole, die brauchen wir nicht. Ähm, ja, ich habe auch gemerkt, dass man das Spiel ja eigentlich mit wesentlich mehr Tempo durchzocken kann. Es gibt Leute, die schaffen alle Schlüssel, ja, wahrscheinlich, weil sie sie auch kennen, glaube ich, alle Schlüssel und, äh, das gesamte Kapitel ohne unnötig Munition zu verballern in circa 10 Minuten. Ja, ich brauche dafür eine halbe Ewigkeit, zwei, drei Stunden pro Kapitel, aber das liegt auch daran, weil ich das Spiel überhaupt nicht kenne. So, Entschuldigung schon mal dafür, für die ganzen Fails und fürs zu langsame Zocken für Kenner dieser Reihe. Ähm, das werden wir jetzt, das werde ich jetzt versuchen, etwas, äh, abzustellen, wenn es möglich ist. So, warte, da müssen wir hier lang, genau. Blup. Nehmen wir mit. Jetzt müssen wir halt ein Stückchen laufen. Ich war schon richtig. Ähm, zu dem Schlüssel hier im Kapitel, äh, 3, war schon? Ähm, in Kapitel 3, da war man eigentlich schon, warte, ich nehme euch die Munition mit, das müsste auch schon passen, ähm, da war man eigentlich schon, wie gesagt, ähm, ich bin nur dran vorbeigelaufen, weil, ja, den, den Absprungpunkt, sag ich mal, den man da einhalten sollte, um zu dem einen Schlüssel zu gelangen, äh, der ist scheinbar von, von diesem Neighbor hier bedeckt gewesen und ich habe es nicht gesehen oder nicht sehr gut gesehen. So, die Dinos kann man auch allesamt ausweichen. Man kann, ja, man kann sogar die Fetten, die hier gewählt, also deine Dicke, die da gewesen ist, könnte man auch ausweichen. Ich habe das viel zu genau gemacht, es tut mir sehr, sehr leid. Ja, also kann man wirklich einen Speedrun ohne weiteres machen, aber, wie gesagt, dazu muss man eben alles wissen. Ja, zur Sicherheit, bevor ich wieder Blödsinn mache, ja, werde ich das natürlich speichern, zurück. So, aber über kurz oder lang werden wir alle Schlüssel bekommen tun und heute habe ich mal gedacht, machen wir drei Parts insgesamt, weil ich möchte auch noch, ähm, Outlast aufnehmen. Natürlich muss ich mich auch an der Stelle bei euch entschuldigen dafür, dass es jetzt so lange keinen Turok Part mehr gab. Über eine Woche, tut mir wahnsinnig leid, ich habe es ehrlich gesagt, äh, übersehen. Dann hatte ich im Real Life etwas viel um die Ohren, war sogar einen Tag lang schachmatt. Ähm, da ging es mir gar nicht gut, Kreislauf, irgendein Schmarrn halt, warte, war da oben was? Nein, da oben ging es zu dem Einschlüssel, passt schon, da müssen wir hier lang. Und, äh, entschuldige mich wahnsinnig dafür, ich habe gerade so noch hinbekommen, äh, Final Fantasy zu beenden. Und, ja, bin dann am nächsten Tag schon leicht flach gelegen. Ähm, ich würde mal sagen, es liegt an diversen weiblichen Problemen, die man so hier und da mal hat. Ja, und, ähm, ja. Jetzt geht es mir wieder gut. Hey, du Sacklpicker. Ah, du bist es. Hallo. Schau mal. Und tschüss. So. Wir wollen zu dem Schlüssel da drüben. Dazu müssen wir angeblich hier runterhüpfen. Ah, jetzt sehe ich es. Lol. Jetzt sehe ich es. Hupsch. Da runterhüpfen und da rein. Jetzt müssen wir da halt, äh, ja, an diversen Insekten vorbei, einfach laufen. Da brauchen wir uns nicht einmal was scheren um diese Bieste. Wir wollen einfach nur weiterlaufen. Hati Kati hilft mir da viel, nämlich gar nichts. Ich laufe jetzt einfach mal. Ich hoffe, ich bin da richtig. Ich hoffe, ich bin da richtig und laufe seit unnötigem Kreis rum. Schaut, glaube ich, gut aus. Genau. Und dann, ein beherzter Sprung. Hier mal. Horuck. Dann geht es hier weiter und... Dararara. Wir haben den Schlüssel. Sauber. Jetzt noch einmal hui. Einmal beherzt und hui. So, und jetzt noch schnell das Label beenden und dann haben wir es schon geschafft. Ist das nicht toll? Da haben wir jetzt den Schlüssel. So geht das ja. Das muss man ja erst einmal wissen, ne? Also, ich habe da keine Chance gehabt. Wären wir jetzt schneller, wenn wir zurücklaufen? Kommen wir unten abraus? Ich weiß es gar nicht. Da habe ich gar keine Ahnung. Ich gehe mal kurz speichern. Ja, bitte. Äh, hier. Ja. Und so. Bin hier weiter... Also, ich wäre jetzt da gerade echt... Neugierig, ob man da unten raus darf. Ich glaube, das wird mal beenden, oder? Warte. Ich schau einfach mal. Wir haben eh gespeichert. Wenn ich da unten jetzt nicht raus darf, dann müssen wir es eh beenden, leider. Das Kapitel. Aber ich bin mir jetzt gerade echt nicht sicher, ob man da nicht... Normalerweise schon, oder? Das ist, wenn man sich verlaufen hat. Also, aus Versehen. Äh, so wie ich jetzt gerade mich verlaufen tue. Entschuldigung. Hab ich die Karte draußen. So. Und der Kerl, also da, wo ich den Bart nachgeschaut habe, ne? Der war sogar so gut, müsst ihr euch vorstellen. Der hat das Kapitel mal eben so mit... Ähm... Bin ich da richtig? Nee, oder? Na. Der hat das Kapitel mal eben so zum Teil mit der Pistole geschafft. Ah, ja. Da kann ich... Äh, ja. Da kann ich mir eine ganze Wurststange davon abschneiden. So was. Genau. Da müssen wir lang. So, hier lang. Hui. Da lang. Hui. Hier lang. Hui, hui, hui. Da so. Und hier. Und da. Ich hoffe, ihr könnt da drüben raus. Das wäre jetzt nämlich wirklich schön. Bam. Bam, 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 bam. Hoi, Erika. Für die Frage. Da drüben, glaube ich, ne? Ich und meine Orientierung. So. Hä? Bin ich da jetzt richtig? Ich glaube. Ja. Schaut gut aus. So. Ist doch ein Stück... Ich glaube, wir wären doch andere Seiten schneller gewesen. Ups. Entschuldigung. Bam, 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 bam. Ach so. Komme ich da jetzt überhaupt zurück? Wohl, könnte ich ausgehen. Wow. Wenn ich fast so früh hüpfe. Wow. So. Aber jetzt. Gleich haben wir es. Ich hätte doch die andere Seite wählen sollen. Die wäre kürzer gewesen. Glaube ich. Entschuldigung. So. Ich glaube, jetzt haben wir es gleich. Bam, 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 bam. Ja, ja. Servus. Ja, wir haben Glück. Wir dürfen durch. Wie schön, wie schön. Und Horeca. Sehr gut. Das werden wir gleich sofortig speichern. Wenn ich wieder da drüben, wenn ich den anfinde. So. Zack. Ja. Äh. Ja. Richtig. So. Wir könnten, das könnten wir eventuell auch noch machen. Den einen Schlüssel weiß ich ja noch. Das war Kapitel 6. 3. Eben. Kapitel 3, Kapitel 5. Ich glaube, das hier war es. Da können wir noch den, ich glaube, hier war es den Schlüsselstein für das 8. Kapitel noch schnell abholen gehen. Schnell unter Anführungszeichen. Und hier einfach wieder rauslaufen. Und dann bin ich fertig mit meinem Latein fürs Erste. So. Hier tue ich. Servus. Na, geh ein. So. Ah, da vorne war der Gratler. Warte. Ich glaube, hier muss man hoch. Genau. Was? Au. So. Äh, warte, wie ging es schnell weiter? Oh, oh, jetzt habe ich es vergessen. Warte. Äh. In dem Raum waren wir doch schon mal. Oh, habe ich den eventuell vielleicht sogar schon geholt? Na, habe ich nicht, oder? Den haben wir nicht gehabt. Mist, jetzt habe ich es vergessen. War das jetzt runter zum Laufen? Ich glaube, hier tue ich. Ich glaube, hier war es. Ah ja, genau. Das passt und so. Passt. Hier tue ich. Wow. So, hier tue ich. So, hier geht es weiter. Ich glaube, das war schon richtig so. Ah ja. Da haben wir es schon. Wow. Au. Jetzt hat mich so ein Ding erwischt. Das ist ziemlich schwierig hier. Da einigermaßen gesund. Wow. Durchzukommen. So. Au. Ja, das war wieder zu weit. Der eine hat das so perfekt gekannt. Ey. Wahnsinn. Der hat das so schön gespielt. Da kann ich nur träumen davon. Uh. Okay. Na, geh ein. Du auch, geh ein. Perfekt. Da ist noch so ein Kratler. Aua. Passt. Die sind alle abgenippelt. Das ist sehr schön. Da ist noch so einer. Passt. Der ist auch hin. Ja, genau. Da durfte ich durch. Aber, 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 aber. Da sind nochmal zwei. Passt. Das sind auch erledigt. Hier haben wir noch was. Genau. Ah ja, stimmt. Da muss ich die Waffe kurz wechseln. Der ist nämlich böse. Der Kerl da unten. Der ist richtig gemein. Na, jetzt bin ich verreckt. Äh. Was? Scheiße. Na, jetzt sind wir da. Na gut, das eine Leben. Opferlich. Ist okay. Das eine Leben. Wow. Das eine Leben. Opferlich. Ist okay. Na, jetzt falle ich runter. Ach, ich schär mich nicht. Herrschaftszeiten. Kruze Türken. Wind darüber, glaube ich. Ach, Dreckverfluchter. Das gibt es ja nicht. Ja, so nervöse Finger. Es ist halt wirklich so. Jetzt könnte ich eigentlich schon laden. Wäre auch schon wurscht, ne? Oh je. Dieser Granatenwerfer ist nicht das Richtige. Da tue ich mir selber mal weh. Warte mal kurz. Ja, da kann ich schladen. Dann kann ich mir das eine Leben da auch sparen. Ma, ist das wieder bitter. Ähm, äh, äh, äh. Mann, ey. Ich wollte euch nur den... Kapitel 3, bin ich doof. Kapitel 5. Hallo, hallo, hallo. Da drüben ist es 5er. Da. So, so viel dazu. Ich will euch das mal eben zeigen, ne? Ganz easy. Ganz super. Natürlich. Zocki kann das. Ha. Ja. Natürlich kann ich das. Dreck, verdammter. Da ist niemand. Den haben wir schon gekillt. Ach, geh ein. Ist weg. Wusch, wusch, wusch. Also, Heureka. Eben durch. Passt. Der ganze Eck nochmal laufen. Es tut mir so leid. Ich bin so schlecht bei sowas, ey. Passt, er ist verreckt. So ist schön. Gein. Passt. Passt. Kontrollpunkt, jawohl. Also, jetzt mal langsam ein bisschen, ne? Nicht so hastig. Gut, das war nicht schlecht. Okay, das war auch nicht schlecht. Nein, jetzt falle ich wieder runter. Da, ich kann echt, jetzt, jetzt, chili, einmal, super, verstehst, verreckt drüben. Und jetzt ist es wieder vorbei. Mit chillen. Äh, skillen. So, nicht chillen. Skillen. Geh, leg. Okay. Ach, wie bei, ich bin bitter und alles zusammen. Und, ma, noch nicht, geh weg. Geh, 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 aus der Sonne. Jetzt lebt die Schwierer. Steht weg. Au. Krutze düken. Echt, kann man nicht anders sagen. Als wie krutze düken. Das ist jetzt echt bitter. Weil ich auch jetzt Zeit sparen wollte. Na, das geht so nicht. Also gemütlich, ja. Hä? Na, jetzt geht's dir echt. Au. Au. Das geht? Was willst denn du, du Watschka? Achso, von da drüben rüber. Für die Rüstung. Ja, okay. Ah, scheiße. Ja, okay. Das könnte ich mir eigentlich... Können wir uns theoretisch holen, aber... Nein. Brauchen wir eigentlich nicht, oder? Wo mehr jetzt, du Gratler? Jawohl, geh ein. So. Das ist nochmal schön sauber. Und anständig. So, schon durch. Au. Der wischt mich trotzdem, ne? Hui. Okay, das erste Hammer. Jetzt bleibe ich irgendwie... Wieso bleibe ich da jetzt hängen? Hallo? Ja, ja. Dreimal getroffen. Toll. Das ist mir jetzt auch schon wurscht. Das ist nur noch ein Mittreff. 29 nur mehr? Okay, das darf mir gar nicht wurscht sein. Geh ein. Okay, das hat zu viel gekostet. Das ist natürlich schlecht. Jetzt werde ich wieder sterben. Ach, mein. Ich habe kein Glück, ey. Ich bin einfach zu ungeschickt. Das ist das Problem. Ich bin zu ungeschickt. Der hat den sogar mit Pfeil und Bogen da niedergemetzelt. Der Kerl da drüben. Wow. Das Leben wäre schlecht irgendwo. Irgendwas. Okay. 27 Leben. Das ist halt wahnsinnig viel. Ja, da habe ich super getroffen. Oh Gott. Oh Gottchen. Okay, so viel hat das nicht gekostet. Aber schießt der hin. Ja, ich habe keine Ahnung, wo der Kerl ist. Was nehmen wir denn? Wo ist er denn? Da hinten. Passt, sehr gut. Entschuldigung, war gerade am konzentrieren. So, den Schlüssel wollte ich haben. Da, 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 da. So, der zweite Leben, acht Schlüssel. Weiter weiß ich nicht. Habe ich keine Ahnung. Jetzt muss ich nur noch... Wow. Irgendwie schaffen, heil wieder zurückzukommen. Hui. Ja. Abenteuer. Ach, das ist mir zu riskant. Die Kerle da. Kann ich die mitnehmen? Nö, noch nicht. War das hier? Ich glaube, ne? Ja. Ach du liebe Zeit. Naja, okay. Ich kann mich ja eigentlich runterpulzeln lassen. Hier. Und da. Und so. Und hier. Und da. Ich bin, glaube ich, sogar falsch gehüpft. Weil da gab es nämlich noch einen besseren Weg nach draußen. Aber ist ja wurscht. So, ich bin jetzt mal weg. Den Schlüssel haben wir nämlich auch. So. Und dann werden wir das nächste Kapitel anschauen. Oder warte kurz. Wie spät haben wir es denn? Das ist echt lästig, dass ich immer jetzt auf die Busch schauen muss. Wir haben angefangen... Zehn Minuten. Okay. Zehn Minuten haben wir noch. Gut. So. Tada. So. Schön speichern. Oder warte, können wir zuerst einsetzen. Wusch. Nur einer. Also sind ja zwei. Eins, zwei. Passt. Wunderschön. Wunderschön, wunderbar, alles prima und hurra. So. Mal speichern, bitte. Ich werde mich da noch ein bisschen schlau machen. Ähm... Wo wir halt hier... Hier den einen noch finden und da noch finden tun. Da. Und ich glaube... Irgendwo müssten wir... Da. Ein neues Portal öffnen können. Kapitel 4. Zugang zu Level 4. Die Ruinen. Schauen wir uns die gleich mal an. Und da kommt schon das erste Dino rein. Ich glaube da hinten... Ach, schau mal. Da ist sogar was versteckt. Da muss man... Au! Schau, ich da durchrennen kann. Mistviech. So. Aha. Da unten wäre, glaube ich, was. Schau mal. Wenig Leben. Wie schön. Das hat sich voll ausgezahlt. Wusch, wusch, wusch. Ich habe hier keine Ahnung, ob das richtig ist, was ich hier mache. Da ist ein Fischi. Jetzt weiter. Okay. Ruinen. Aha. Wie gesagt, keine Ahnung, was ich hier mache. Aha, da haben wir was Tolles. Okay. Aha, da geht's rauf. Noch mehr Fisch. Da ist nichts versteckt. Wusch, wusch, wusch. Eine Höhle. Okay. Ach, renn einfach vorbei. So schnell sind sie ja nicht beim Schlagen. So. Mal ein bisschen umschauen. Nicht, dass wir noch irgendwo ein Schlüsselchen oder so übersehen tun. Wusch, wusch, wusch. Drei. Und ein. Au, au, au. Okay, das war nicht zu schlau. Da geht's. Na, da geht's runter. Ich Idiot, ich Idiot, ich Idiot. Ich Idiot. So, da muss ich raus. Ui, weg da. Das war's. Aha. Pfeile. Der ist hin. Alles klar. Leben. Aha, da geht's. Aha. Jo, okay. Ach du liebe Zeit. Und jetzt? Darüber? Das kann ich mir jetzt echt nicht vorstellen, dass man darüber hüpfen kann. Tatsächlich klappt. Wer hätte das gedacht? Au. Dann war da unten noch was, ne? Da ist schon wieder seine total verdächtige Höhle. Nein! Jetzt bin ich verreckt. Oh, Mann, ey. Gut, dann kann man da laden. Wenigstens das. Ach, komm. So ein Mist. Das ist wieder typisch ich. Wieder typisch ich. Da haben wir noch vier Minuten. Äh, sechs Minuten. Geht weg. Wo ist das denn jetzt? Äh, das Portal. Äh, hier. Da. Entschuldigung fürs Fehlen. Tut mir sehr, sehr leid. So, jetzt aber noch. Wow. Okay, da ist gar nichts. Wow. Ich stecke fest. Das ist wieder typisch. Da ist auch nichts. Hey, aha. Das ist hier ein anderer Weg, ne? Ja, wenig Leben. Na, jetzt war die runter. Ach, komm. Dreck. Kann ich den wieder hoch oder eher nicht? Nee. Mann, ey. Ist das wieder doof. Ein Leben noch. Mhm. Sehr gut. Das heißt, ein Leben werde ich sowieso verlieren. Jetzt dann demnächst. Ach, schau mal. Ja, okay, besser ist es nicht. Wir müssen kommen kurz zurück. Katastra furchterbar. Wie kommen die Leute da wieder hoch? Das glaube ich gar nicht so. Also so nicht. So geht das nicht. Servus. Ja, lass mich doch vorbei. Du Mistkerl. Lass mich gleich wieder hin. Äh. Ja. Das kann ich mir schon aus den Haaren schmieren. Und zwar... ...da an den Dingens hängen. Schlimm. Ja, ja. Das schaffe ich nicht. Gar keine Meter. Da habe ich gar keine Meter. Ui. Wow. Der Sprung war leicht knapp. Das kriege ich eh nie mehr gebacken. Nö. Ja, ja. Das war klar. Ja, ja. Das war klar. So. Dann würde ich sagen, weil ich eben nicht sicher bin, bei dem einen... Ähm... Hier, laden. Bei dem einen Kapitelchen, also hier, da, ne, würde ich vielleicht vorschlagen, ausnahmsweise den Part ein paar Minütchen früher zu beenden, damit ich nochmal schnell nachschauen kann, wo ich hier noch den einen kriege und da. Ich habe vergessen, dass hier mir auch noch einer fehlt. Warte kurz. Das wäre jetzt gewesen. Gleich der erste Schlüssel. Okay. Hier. Also zweimal der erste Schlüssel. Prima. Ah, den haben wir gefunden. Okay. Prima. Okay. Na, fein. Dann werde ich mir die beiden noch schnell suchen und, ähm... Dann werden wir uns die beiden noch schnell holen tun, damit wir hier die Kapitel da so gut es geht schaffen tun tun. Schaffen tun tun. Ja. Jo. Ist glaube ich jetzt zwei Minuten früher Schluss oder so. Drei. Boah. Ich hoffe, das passt. Na gut, ihr Lieben. Äh... Tut mir leid, dass ich da ein bisschen schummeln muss wegen den Schlüsseln. Ich habe wirklich keinen Plan, wo die versteckt sein könnten. Ähm... Ich habe ja auch nicht, äh... zu gründlich geschaut, weil ich damit beschäftigt war, am Leben zu bleiben. Und, äh... Ja. Gott sei Dank gibt es schon das Internet und man kann da ein bisschen nachschauen und sich ein bisschen schlau machen. Und, ja, ich würde sagen, ich bedanke mich schon mal von ganzem Herzen für eure Aufmerksamkeit in Form von Zuschauen und Zuhören, auch für eure Tipps und Tricks immer wieder. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und, äh... Ja. Ich wünsche euch natürlich auch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr diesen Zustand hier bei mir seht. und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!